Ständig Tränen und Ärger beim Haare waschen? Bringen Sie mit Eli dem Elefantenduschkopf wieder Freude ins Badezimmer. Einfach zu installieren passt er auf jeden gängigen Duschschlauch. Tränen waren gestern. Mit Spaßgarantie ist Eli auch universell einsetzbar als Spielzeug und so designt, dass ein präzises Auswaschen von Shampoo möglich wird. Kein Schaum in den Augen, kein Weinen mehr. Holen Sie sich Eli den Elefanten als einzigartige und spaßvolle Ergänzung für die Pflege ihrer Kleinen.